Ich bin jetzt schon ein Jahr lang auf YouTube. Und ich hatte dazu ja eine Aktion gestartet. Ihr konntet das Beste aus einem Jahr Prüfung WL wählen. Und die Ergebnisse habe ich ausgewertet. Es gab, also ich habe ja das schon mit den Stimmen gegeben und sowas, halt wenn man TF1 angegeben hat, waren es drei Punkte. Und die Punkte wurden mit den Aufrufen zusammengezählt. Also die Punkte wurden nochmal zehn genommen, die Gesamtpunkte, die dann rausgekommen sind. Die mal zehn und die Anzahl plus die Aufrufe. Ja, und es ist erstaunlich herausgekommen. Fangen wir auch gleich mal mit Platz 10 an. Einem alten Herrn. Das waren die allerersten Videos, die ich gedreht habe. Die dann leider gelöscht wurden. Oder nicht gelöscht wurden, die ich gelöscht habe. Und jetzt wieder neu aufnehme. Mit neuen Sachen und so weiter. Ki Adi Muni TV. Platz 10. Ist ja klar, null Aufrufe. Eine Stimme sind zehn Punkte. Deshalb leider nur Platz 10. Kommen wir zu Platz 9. Platz 9 ist auch nicht sehr überraschend. How to eat ist klar. Habe ich erst gestern bei YouTube reingestellt. Drei Aufrufe. Drei Stimmen. Also 33 Punkte insgesamt. Und das war leider nicht genug, um es höher zu schaffen. Deshalb Platz 9 für How to eat. Außerdem kommt jetzt bald ein neues Video von How to eat. Und zwar am Mittwoch. Heute ist Montag. Am Mittwoch kommt ein neues Video. Auch wieder mit meinem Cousin. Bei meiner Oma. Und jetzt Platz 8. Es ist etwas Geheimes. Genau. Mein Geheimprojekt. Ich hatte euch ja schon zwei Geheimprojekte verraten. Einmal Iron Maiden. Und einmal Gothic 3. Das dritte Geheimprojekt habe ich euch noch nicht verraten. Tja. Was könnte das wohl sein? Es ist nichts geringeres als Lincoln Park. Fred Party at the Pancake Festival. Pancake mit K geschrieben. Ja. Das mache ich jetzt als Geheimprojekt. Das habe ich mir über Ebay bestellt. Da gibt es Special Features. So wie nennen sie Easter Eggs. Und das sind halt Special Features, die man aktiviert, indem man irgendwo bestimmt jetzt bei einem bestimmten Video auf Pause drückt und dann irgendwas eintippt oder so, dass da dann halt das Special Feature geöffnet wird. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie viele Special Features zeigen, die es gibt. Das war Platz 8. Leider nur. Kommen wir zu Platz 7. Da möchte ich mich herzlich bei Computerwitspiele bedanken. Es ist nämlich Spider-Man Shattered Dimensions. Da habe ich nämlich die Videos von der Computerwitspiele-DVD auf den Computer gemacht und bei YouTube draufgestellt. Und es ist Platz 7 geworden, weil es 128 Aufrufe hatte. Keine Stimme, ist klar. Ja. Das war Platz 7. Kommen wir auch schon zu Platz 6. Das ist sehr überraschend, dass es Platz 6 nur geworden ist. Es ist zur Zeit wie Kier-Ali-Muni-TV entstanden. Und es ist auch aus Lego. Kommt bald ein neuer Teil. Es ist verrückter Dino. Nur Platz 6 geworden. Komisch. Wie geht das? Tja. 7 Stimmen. 70 Punkte. Aufrufe leider nur 89. Also, insgesamt nicht allzu viele Punkte. Tja. Leider nur 159. Hat er leider nicht mehr geschafft. Aber dafür seht ihr jetzt ein Trailer zum neuen Verrückter Dino-Teil. Viel Spaß. Tja. Ja, hallo Leute. Verrückter Dino hat jetzt ein Videospiel. In einem Land vor unserer Zeit. Das da ist Verrückter Dino. Wenn es auch nicht so aussieht. So, ich hoffe, euch hat die kleine Kostprobe zum neuen Verrückter Dino-Teil gefallen. Kommen wir auch schon zu Platz 5. Ganz überraschend. 199 Aufrufe. Keine einzige Stimme. Es ist... Jetzt ziehe ich es nicht auf. Yu-Gi-Oh! Ja. Ich habe einfach von Starz Overdrive ein paar Karten von Google genommen. Habe die dann auf YouTube gestellt. Mit immer derselben Musik. Wiederholt. Und das hat 199 Aufrufe bekommen. Tja. So einfach geht's. Aber ich mache jetzt auch keine Yu-Gi-Oh! Videos mehr. Es ist zu dem nicht. Tja. Platz 12. Kommen wir zu Platz 4. Es ist... Etwas mit einer CD. Musik. Waren es drei CDs bisher? Waren es drei CDs bisher? Linken Park. Ja. Linken Park ist Platz 4 geworden. Hat sechs Stimmen bekommen. Und 357 Aufrufe. Ist doch mal eine gute Leistung. Einfach nur ein bisschen Musik reinstellen. Mit ein bisschen Amorino's Movie Maker, wenn man da noch was schreibt und sowas. Aber ist ja kein großer Aufgang. Na okay. Demnächst kommen ja Musikvideos. Und da muss ich erstmal gucken, wo ich die herbekomme. Und sowas. Das ist schon wiederum... Wenn ich mir die Übereitungen komme, kostet es natürlich was. Aber kriegt es wahrscheinlich mehr Aufrufe als die anderen. Ja. Platz 4. Linken Park. Kommen wir zu Platz 3. Auch wieder keine einzige Stimme. Aber durch die Aufrufe... Also es waren circa 19 Videos. Ja, die meisten wissen jetzt schon, was es war. Das ist ja längste Serie. 510 Aufrufe. Pokémon Rubin. Quarz. Smaragd. Und... Chaos Black. Ja. Und da hatte ich übrigens auch was Neues aufgenommen. Nicht was Neues aufgenommen, sondern... Das ist schon länger her. Ich hatte die Serie mal abgeboren. Und ich werde jetzt die beiden Teile auch auf YouTube stellen. Da könnt ihr jetzt auch schon mal einen Trailer sehen. Viel Spaß. Hallo und willkommen bei einem zweiten Teil von Pokémon. Chaos Black. Ja. Scheiße, ich habe eben gerade noch nicht endlich ein Minuten-Video gedreht. Ich glaube, ich muss ein bisschen schnitten. Ein bisschen schnitten. Ähm, kann. Ist doch aber halt gewillt. Erstmal um zu trainieren gehen. Wir müssen jetzt zu den Typen hier. Was? Oh, schnitt. Ich kämpfe mit dem Level-8-Kokémonie-Level-10 auf. Ich gehe mal prPs' nachlesen. Das passiert nicht mehr so nicht mehr. Ich will das lieber beim Vaters schnitteln. Das ist nicht mehr Gegend. ich denke hier und was ich ich So, und das war auch schon Platz 3. Bleiben nur noch zwei Sachen übrig. Was kann sein, was kann sein? Die, die mich am... Also die, die mich regelmäßig gucken, wissen jetzt schon, was übrig geblieben ist. Platz 2. Vier Stimmen. 1.325 Aufrufe insgesamt. Es ist New Super Mario Bros. auf dem PC. Ja. Und demnächst werdet ihr nicht mehr New Super Mario Bros. sehen, sondern Super Mario Chronicles. Dank dieser... Computerbild-Spieler-DVD. Hier ist nämlich hier ganz in der Ecke, da ist das Cover. Du spielst da nämlich drauf. Und das werde ich dann aufnehmen. Dann seht ihr nicht immer wieder neue Levels, sondern auch mal wieder etwas Durchgehendes. Ich versuche natürlich wieder Ton aufzunehmen. Aber mein Computer nimmt meine Headsets nicht mehr an. Und das ist die Scheiße. Tja, dafür gibt es jetzt den Platz 1. Platz 1, ja. Platz 1. Ähm. Tja, was soll ich sagen? Ganz kurz. Star Wars The Force Unleashed. Den Teil kann ich nicht installieren. Den Teil habe ich installiert. Nehme ich demnächst auf. Tja. Werdet ihr den demnächst sehen. Auch hier wieder ein neuer Trailer. Den Trailer stelle ich auch noch mal einzeln auf YouTube. Damit Dinge aufrufen und sowas. Bringt halt mehr. Ja, viel Spaß beim Trailer. Das war's. Ein Jahr PULMO WL ist schon vorbei. Freue mich aufs zweite Jahr. Das nächste Jubiläum gibt es in vier Jahren. Also das 5-jährige PULMO WL Jubiläum. Falls ich dann Videos mache. Ja, viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Hier der Trailer. Und danach nochmal ein langer Abspann. Mit Musik. Linkenberg Musik. Ja. Lord Vader was a broken shadow of his former self. I knew that one day you would replace him. I sense that you have not succeeded in tracking down your objective. My... Apprentress. You must exercise the proper technique. You must exercise the proper technique.